Nun Stefanie Powell mit Clever & Smart. Clever & Smart ist eine Polsteiner Wallach. Cash & Carry hier der Vater, trägt die Kopfnummer 166. Hinweis an alle Teilnehmer der nachfolgenden Springprüfung der Klasse S. Beginn voraussichtlich 18.15 Uhr, Viertel nach sechs. Voraussichtlich am Beginn Springprüfung Klasse S. Okay? Okay. Mommy! 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 Baby! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020